heute aus meiner controller sammlung einen transparenten controller das ganze findet ihr in der video beschreibung natürlich mit rgb um euch das zu demonstrieren optisch echter kracher geht dann seit lang in den wieder aus von der anderen seite kann man wirklich auf den akku schauen und natürlich vorne den usb typ c anschluss aufteilung wirklich fast identisch wie ein xbox controller nur halt die tasten hier plus minus turbo und so die sind etwas anders für dich und er liegt wirklich vom gewicht sehr schön in der hand sollte euch der shot gefallen haben dann lasst doch guckt auf meinen kanal vorbei und lasst ein abo da